Oh fuck, 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 fuck. Oh fuck, 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 fuck. Hallllllllllllllllllll. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Lautschmarrer und ich begrüße euch recht herzlich bei DEST so aber wir gehen mal da lang wo es uns angezeigt wird weil was müssen wir eigentlich tun das könnte man doch mal kann man doch mal schauen hier einmal drücken hätte eigentlich gelangt die zisterne 6 ist übrigens unsere quest sechs haben wir immer gern machen wir auch immer gern deswegen machen wir auch heute 6 ein abgestürztes kolonie kolonie geschäft kolonie geschäft kolonie schiff ein krieg zwischen verschiedenen spezies kate six hat das abenteuer das er gesucht hat und jetzt rette ihn davor oh man kate was machst du denn du bist so erschreck hier so nur da lang okay 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 so gehen wir mal da lang ist ja interessant halb roboter halb organisch oder was das ist ja eine interessante zusammenstellung okay so müssen da weiter und dann da hoch so oh nein aber nicht in die suppe hier nicht in die milch die ist böse die milch die milch ist böse und hier geht es ab ihr geht es gleich ab jetzt so wir ballern wir uns mal erst mal durch dauert auch nicht mehr lang das ist immer level 8 wäre auch geil hätte auch nichts dagegen so ah wie sie stöhnt unsere hauptprotagonistin unsere titanin unerschrocken alter wie viel sind da wo sind denn die alle hergekommen vor wir legen uns direkt mit jedem an überhaupt kein problem alter schwede alter schwede alter schwede so okay bleibt nur noch einer wenn ich das richtig gesehen habe so gehen wir weiter was war schön bei euch aber es ist it's time to go ich kenne die antwort erstens hör auf uns zu belauschen zweitens wie lautet die antwort er hat gesagt ich darf es nicht verraten natürlich wer hätte es gedacht was eine überraschung so aber jetzt erstmal erst mal hier so nicht sterben müssen wir sogar flüchten obwohl wir super haben geil oder unser captain america flüchtet so müssen wir erst mal komplett hier alle ausschalten oh mein gott so viele wollte mich verarschen das ist doch ein schlechter scherz oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott so denken wir noch gewuppt oh geil ja aber wir haben ja da liegt ja munition alter haben diese die die verlieren auch noch die scheiße da müssen wir echt aufpassen oh gott also die andere art von weg ist definitiv organisch die sind alles roboter würde ich mal so interpretieren wow okay jetzt dürfen wir gleich jetzt dürfen wir erst mal gleich tot sein ich wollte eigentlich sagen level 8 aber oh mein gott oh mein gott oh mein gott aber ja wohl ist geil upgrade punkt verfügbar ja müssen wir auch gleich mal gucken so jetzt erst mal super und jetzt wird mal aufgeräumt so komm då komm Auchシach komm haaa komm komm ach她 ương schaische Und wir sind gestorben. Fuck. Oh nein, wir waren doch gerade erst Level 8. Mensch. Mensch, Mensch. Scheiße. Jetzt wieder Level 7. Ne. Das wäre ja auch jetzt, ne. Mach mal. Gucken wir doch mal. Ne, so wollte ich das gar nicht. So, wir haben doch hier haben doch wieder hier einen Punkt dazu bekommen. Geil. Defensivschlag und hier kann man auch einen verteilen. Geil. Siehst du? Läuft. 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 Wir haben nette Sachen bekommen. Die haben mal ganz außer Acht gelassen. Wow. Okay. Von der Schlussfolge ist nicht so. Aber egal. 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 Warnung. Wechsbedrohung entdeckt. Sie versperren dir den Weg zum Teleporter der Kate-Einheit. Ja. Ja. Oh Gott. Beinahe runtergefallen. Wow. Kacke. Stimme direkt oder was? Ah. Oh nein. Oh kacke. Oh kacke. Komm schon. Boah. Es wird alles, äh. Wird immer krasser jetzt. Puh. Oh fuck. Ja, wir machen da halt, wir klipsen halt immer mit dem Minimal-Level rum, wo wir überhaupt die Quest machen können. Dass es natürlich ein bisschen heftiger ist, dann ist klar, ne? Ja. Hier. So. Wow. Oh kacke. Oh kacke. Oh kacke. Oh aah. Alter, das ist heftig. Das ist echt heftig. Boah, kacke. Meine Fresse. Meine Fresse. Muss da irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, ein bisschen vernünftiger ran. Eine vernünftige Rangehensweise finden. Ja, ja, ja. Kacke. Boah, das sind aber auch heftig viele. Das sind so fucking viele. Boah. Kacke. Wenn die explodieren, dann ist Schicht im Schacht. Boah, das sind echt böse Motherfucker. Fucker. Echt bösartig. So, wir müssen nur mal gucken, wo wir uns verschanzen. Wo wir sie dann nacheinander echt, äh, wegmachen. So. Da kommen wieder welche. Aber wir bleiben jetzt erstmal hier. Hauptsache, wir kriegen die einen da, äh, gewuppt. So. Okay. Mal echt aufpassen. Da ist ein bisschen Munition. Das ist geil. Munition ist immer gut. So, der ist weg. Boah. Boah. Aber die, äh. Solange sie nicht näher kommen, die Taktik ist gar nicht mal dumm. So, komm. So, jetzt können wir ein bisschen was wegmachen. Komm. Komm. Bloß jetzt nicht, äh, ich wusste es, ich wusste es, wenn wir in der Nähe von den Arschlöchern sind, sorry für die Kraftausdrücke, aber, haha, dann hört es super auf. So. Okay. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, fuck, die, fuck, fuck. So, aber, okay. Ich weiß gar nicht, wie viele wir schon getötet haben. Aber es waren nicht gerade wenige. Oh, Gott. Aber das müssen wir auch entfernen hier. Schon, fuckt uns das noch übelst ab. So, wir sind aber schon weiter als davor. Nein. Oh, ich dachte schon, wir wären runtergefallen. Alter Schwede. Fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Erhole dich. Erhole dich. Oh, Gott. Ich hab doch. Oh, nein. Oh, kacke. Jetzt kommen sie. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Jetzt wird es echt. Jetzt wird es echt. Oh, heiß, heiß, heiß. So. Okay. Juh. Oh, kacke. Oh, mein Gott. 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 So, komm. Guck dir das an, wie viele da noch da sind. Ey, das ist doch, das ist doch nicht normal. Es ist doch echt. Oh, Gott. Scheiße. Da ist wieder einer. Da ist wieder einer. Oh, kacke. Oh, kacke. Oh, kacke. Oh, kacke. Explodiere. Sehr gut. Sehr gut. So, und jetzt wollen wir hier mal ein bisschen wieder Ordnung reinbringen. Oh, Gott. So, die müssen wir weg. Ah. Hier bei uns unten ist ja Gott sei Dank keiner jetzt gerade. Das ist gut. So. Okay. So kriegen wir es doch gewuppt. So kriegen wir es doch echt gewuppt. So. Hat es gespeichert? Es sah so aus, ne? Weil, oh, ich bin mir nicht sicher. Oh, mein Gott. Komm. Oh, Gott. Kacke, und wir haben keine Munition. Wir haben keine Munition. Fuck. Und wir haben nur diese Scheißwaffe. Oh, nein. Wie ist die Reichweite? Ist okay. Ist okay, die Reichweite. So. Und die Durchschlagkraft ist auch nicht verkehrt. Aber wir treffen nichts mit der Waffe. Oh, Gott. Wollen wir mal gucken. Boah, die ist kacke. Ich bin kein Sniper-Typ. Gucken wir mal. Boah. Komm, den krieg mal gewuppt. So, jetzt sind sie doch alle weg. Ich dachte, durch deine Zerstörung der Wax würde ich meinen Captain und meine Crew weniger vermissen. Und? Hat nicht geklappt. Oh mein Gott, ey. So. Schnell mal wieder ein anderer. Oh mein Gott. Neues Ziel. Ja, geil. War das jetzt Sex? Sex trüftig? Achso. Ihr habt also meine neuen Freunde kennengelernt. Failsafe und ihr böser Zwilling Failsafe. Ich bin die Böse. Hätte ich Gefühle, wären sie jetzt verletzt. Okay, wo ist Kate Six? Wo ist er denn? Sind wir schon vorbei? Nö. Alles noch gut. Och, du willst mich noch verarschen. Hör mich auf der Exodus Black. Oh. Hier. Aber mein Rumpf ist komplett zerbrochen. Die Decks 1 bis 20 sind vergraben. Und mein Kühlungssystem? Ein einziges Schlamassel. Oh, das wissen wir. Failsafe, das wissen wir. So. Ich bin's. Ich, die Kate Einheit. Negativ. Ich meine, positiv. Aber du ziehst eine große Menge an Gefallenen an diese Position an. Oh Gott. Malton. Failsafe, die schießen auf mich. Dann rate ich dir, nicht erschossen zu werden. Sehr guter Typ. So. Da vorne geht es schon wieder ab. Oh mein Gott. Komm schon. Ja, der ist echt groß. Guck mal, ob er einen Geruch bekommen. So. Komm schon. Oh oh. Wo ist er jetzt hin? Wo ist er hin? Ich weiß nicht. Egal. Mann, die bekriegen sich aber gegenseitig, oder? Ja. So. So, jetzt wisch ich mich mal hier ein. Machen wir mal hier ein bisschen Bambule. So, wo ist denn der Riesenkerl hin? Den haben wir ja auch noch nicht genug bekommen. So. Egal. So. Alles, was zählt, ist die Mission. Ah, da ist er ja. Oh, wir haben neue Schlappen bekommen. Mal gucken, ob die was können. So, jetzt erst mal ihn hier unterballern. Oh Gott. So. Guck mal. Wir hatten auf einmal jetzt wieder Munition. Komm schon. Ich weiß, wir könnten das super eins jetzt, aber das würde ich noch ein bisschen aufheben. Ach komm, scheiß drauf. Jetzt nehmen wir es einfach. So. So, einmal den Wex. Guck mal da. Guck mal, ob wir den... Oh. 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 Jetzt aber stiften gehen. Uh. Oh Gott. Ja, mach mal. Machen wir. Machen wir. Wir sind doch schon dabei. Komm schon. Der fällt doch gleich. Komm, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jawohl. Oh. Aktiviere Verteidigungs-Schild. Zurückte. Kate 6. Oh Mann. Nicht schlecht, Feldsafe. Die Gefallenen können uns jetzt nicht erwischen. Oder die, die können nicht an uns ran. Oder? Das ist... So. Dann schauen wir mal. Wo ist ja denn der Gutste? Hey, du solltest dich beeilen. Ich glaube, einer von denen hat gerade gesagt, dass er mein Horn als Trophäe haben will. Was? Mein armes, schönes Horn. Wo ist er denn? Wo ist er denn jetzt? Sollen wir einfach mal nach vorne laufen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es wird passen. Würde ich mal glatt behaupten. So. Oh mein Gott. Ist auch ein dicker Obermotz. Boah, der ist heftig. Der ist nicht gerade ohne. So, weg ist er. Oh Gott. Oh, heftig, heftig, heftig. Komm schon. Boah, alter. Das ist doch verarschen, oder? Das ist doch nicht mehr normal. Alter, Schwede. So. Oh Gott. Oh Gott, wir hängen, wir hängen. Lad doch mal nach, Alter. Alter, Schwede. Das nervt mich manchmal so. So, erstmal die hier wieder weg. Die scheiß Thronen da, oder was das da sind. Boah. Der ist heftig, aber der hat auch noch so ein Schild, ne? So, wenn man das Schild, äh, das haben wir jetzt mal, glaube ich, weg. Ich hoffe, er kann sich nicht mehr wieder aufbauen. Weil dann haben wir eine reelle Chance. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Oh Mann. Okay. So, uns wird was angezeigt. Ah, da ist er jetzt wieder, okay. Scheiße. Ja, wir müssen ihn auf jeden Fall besiegen. Trinkt ja alles nicht. So. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, wir müssen ihn kurz mal runter. Mal wieder, äh... Schnaufpause. Vielleicht Schnaufpause. Oh Gott. Oh Mann, da ist er. Oh, fuck, ey. Komm schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lad doch nach, ey. Du Fisch. Gibt's doch nicht. Fuck it. Oh Mann. Ich glaub's ja nicht. So, wir haben wieder super. Wo ist der... Wo ist der Motherfucker? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ah, ich glaub da oben ist er. Ja. Geil. Komm. Jawohl. Jetzt können wir ihn richtig schön einschenken. Jawohl. Das hat... Jetzt hat er richtig schön Energie eingebußt. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Den kriegen wir gewuppt. Komm schon. Komm schon. Baby. Komm. Auf geht's. Komm schon. Auf geht's. Er hat doch nicht mehr viel. Oh Mann. Oh, kacke. So, wir haben wieder... unserer Munition. Beziehungsweise halt für unsere Gutwaffe. So. Jetzt erstmal wieder das Schutzschild wegmachen. Komm schon. Stirb. Jawohl. Endlich. Cool. Ja, erst rein. Yes, baby. Nice. Jawohl. Ja, das macht Laune. So, und jetzt? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Ja, ich sehe keine Gegner ist mehr. Keine Gegner ist mehr. Ah, da sind noch welche. So. Jawohl. Ist auch Geschichte. Machen wir auf hier. Jawohl. Dankeschön. Puh. Hallalalala. Hey, hey. Runter, runter, runter. Es stimmt also. Das Licht hat zu dir zurückgefunden. Nicht, dass ich eifersüchtig bin, aber... Mach mal langsam, ja? Sonst stehe ich dumm da. Was hast du eigentlich mit dem Vex-Teleporter vor? Mich persönlich bei Golf vorstellen, ihn platt machen und dann lecker was essen. Aber erst muss ich hier ran. Das tolle an Vex-Tag, kein bisschen intuitiv. Kate, das kannst du nicht alleine machen. Klar kann ich. Solltest du Gaul besiegen, wird die Rotlegion trotzdem alles in Schutt und Asche legen. Ob sie gewinnen oder nicht. Die Kabale sind voll fiese Fieslinge. Yep, verstanden. Tut mir leid, aber du verstehst anscheinend nichts. Die Kabale sind einfach gnadenlos. Ihre Waffe könnte einen Stern zerstören. Und die ist direkt auf unsere Sonne gerichtet. Hey, hey, hey. Mach mal halblang. Sonst kriegst du einen Kurzschluss. Zavala hat einen Plan. Er braucht dich, Kate. Ja, Zavala sagt immer, er hätte einen Plan. Aber manchmal... Warte. Zavala sagt, er braucht mich. Das sind die Worte, die Zavalas Mund verlassen haben. Ja, hat er. Bitte sagt mir, ihr habt das aufgenommen. Von Ikora ist wenigstens gehört. Tatsächlich ist sie seit dem Fall der Stadt verschwunden. Niemand weiß, wo sie ist. Io. Io. So, dort würde sie nach Antworten suchen. Hey, ähm... Danke. Das war's gut. Jawohl. Geil. Das müsste jetzt die... Äh... Episode, sag ich schon. Das müsste die Quest 6 jetzt gewesen sein. Ja, geil. Puh. Mein lieber Mann, der hat es auch in sich gehabt. Definitely. So, guck mal mal. So. Genau, Event beginnt ja von mir aus. Ist egal. Haben wir eigentlich jetzt wieder eine neue Aufgabe? Mit ihr können wir sprechen. Ah, geil. Failsafe. Mit Failsafe können wir reden. Aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Episode. Wenn es dann heißt. Das ist ja nie zwei. Wenn euch diese Episode gefallen hat. Könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Könnt ihr natürlich auch was in die Kommentare schreiben. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ja. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye. 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 Bis zum nächsten Mal.